14 Teams spielen beim Obi-Masters im Rahmen des 46. Bürgermeisterweit-Gedächtnisturniers in der Tauber-Frankenhalle in Königshofen um insgesamt 2000 Euro Preisgeld. Teilnehmen dürfen alle Vereine ab der Bezirksliga aufwärts bis einschließlich der Oberliga und natürlich alle Sieger der vergangenen Jahre. Bereits in der Vorrunde gibt es die ersten Überraschungen. Der FV Lauda beispielsweise übersteht die Gruppenphase nicht. Der Vorjahresfinalist und Rekordsieger wird in Gruppe C nur Dritter hinter Edelfingen und Bachbach und scheidet aus. Auch Unterballbach und Distelhausen ziehen überraschend ins Viertelfinale ein. Ich denke, dass gerade die kleinen Vereine in der Halle immer eine Chance haben, sich gegen größere Vereine durchzusetzen. Am Ende, so wie der Würzburger FV oder auch unserer Mannschaft, konnten sich dann noch relativ deutlich durchsetzen. Aber ich denke jetzt, wie zum Beispiel der SV Edelfingen, doch eine kleine Überraschung, dass die jetzt bis ins Viertelfinale vorgedrungen sind. Und insgesamt muss man auch sagen, dass sehr faire Spiele, die vielen Zuschauer gesehen haben, also vom Veranstalterseite, denke ich, können wir hoch zufrieden sein. Der Würzburger FV ist als Bayernligist der Favorit. Titelverteidiger Hollenbach fehlt diesmal. Am Ende erreicht man zwar ungeschlagen, aber doch nur als insgesamt fünf beste Mannschaft das Viertelfinale. Auch gegen das Überraschungsteam vom SV Edelfingen liegt die Mannschaft von Trainer Marc Reitmeier schon mit 0 zu 1 zurück, kann aber durch einen 3 zu 1 Erfolg doch noch sicher ins Halbfinale einziehen. Dort ist Schluss für Würzburg. Dieser sieben Meter entscheidet die Partie zugunsten des Gastgebers. Der SV Königshofen zieht durch ein 1 zu 0 ins Endspiel ein. In der Vorrunde der SVK mit drei Sieben Zweiter in Gruppe A hinter Höchberg. Im Viertelfinale ein 2 zu 1 Erfolg über Wachbach. Der Gastgeber, der auch in der Landesliga Odenwald mit Rang 4 überzeugen kann, spielt ein starkes Turnier. Höchberg hat es im zweiten Halbfinale mit der Viktoria aus Wertheim zu tun, die schnell in Führung geht, aber die TGH schlägt zurück und kann ausgleichen. Beide Mannschaften waren im Viertelfinale sicher weitergekommen. Das Duell der beiden Gruppensieger kann Höchberg aber für sich entscheiden. 2 zu 1 heißt es am Ende. Höchberg zieht ins Finale ein und trifft dort eben auf den Gastgeber, den SV Königshofen. Vorher noch das Spiel um Platz 3, das in 7-Meter-Schießen entschieden wird. Und das verläuft kurios. Bei den ersten fünf Schützen verschießt je ein Spieler von Würzburger e.V. und von der Viktoria Wertheim. In der zweiten Runde treffen alle zehn Schützen. Am Ende ist es dann erst der 30. Schuss, der diese Partie entscheidet. Fasten Tahir vom W.E.V. zu locker scheitert bei seinem dritten Versuch. Würzburg also vierter. Wertheim kommt immerhin noch aufs Treppchen. Höchberg gegen Königshofen, also die Endspielpaarung. In der Vorrunde gab es einen 2 zu 1 Erfolg in dieser Begegnung für Höchberg. Und die TGH mit dem schnellen 1 zu 0. Aber die Gastgeber können nur zwei Minuten später ausgleichen zum 1 zu beide. Die Entscheidung dann unglücklich für die Gastgeber. Die 2011 letzten Mal gewinnen konnten. Der Ball geht erst an die Bande und von da aus prallt der Ball vom Rücken des SV-Keepers ins Tor. Das 2 zu 1, gleichzeitig der Endstand. Naja, wir haben ein gutes Turnier gespielt. Der Gegner haben wir in der Vorrunde schon gespielt. War ein Tick besser vielleicht am Endspiel. Vielleicht noch ein bisschen frischer. Wir haben auf den Spielerverzicht müssen im Finale. Aber im größten Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Turnier. Wir haben wirklich Herz bewiesen. Wir haben gekämpft. Wir haben geackert. Und sind auf die Dienstleistung gekommen. Wir haben leider unglücklich verloren. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein super Turnier gespielt. Wir sind zufrieden. Höchberg, also erstmals Sieger in Königshofen, sichert sich 1.250 Euro Preisgeld. Sieben Spiele, sieben Siege. Das gab es wohl noch nie. Dazu noch mit Julian Geiger den Torschützenkönig gestellt. Der Sieg beim OBI Masters 2016 ist verdient. Trotz des glücklichen Siegtreffers im Finale. Ja, man braucht immer ein bisschen Glück, um dann so ein Turnier zu gewinnen. Königshofen hat keine schlechte Truppe gehabt. Muss ich sagen, war überraschend für mich. Wir haben in der Vorrunde auch schon gegen die 2-1 gewonnen. Haben sie auch gut gespielt. Aber ich will nicht sagen, dass der glücklichere gewonnen hat. Aber es war auf jeden Fall nicht unverdient. Der höchste Sieg im Turnier, der gelang übrigens kurioserweise dem FV Lauda durch ein 6 zu 0 gegen Grünsfeld. Es war der einzige Sieg des Mitfavoriten, der eben schon nach der Vorrunde die Segel streichen musste. Vielen Dank. Vielen Dank.